So, jetzt geht es um die Piste Nummer 9, die Diego hinunter. Keine Ahnung, wo ich da rauskomme, aber ich hätte gesagt, dass ich gerne die Sellerrunden-Alternativen fahren möchte, die Pisten am Rande der Sellerrunde. Seine Ahnung, wo ich da rauskomme. Bis zum nächsten Mal. Ja, auf der Piste könnte man schön Geschwindigkeit gewinnen, wenn man wollte. Aber da ich die nicht kenne, zum ersten Mal fahre, halte ich mich lieber ein bisschen zurück. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018